hallo und herzlich willkommen zurück denn das würde bedeuten ihr habt letztes mal zugeschaut und das fände ich echt richtig geil tüfte ja ich und der paketra wir sind mal wieder am kreative spielen hallo 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 ich habe gerade schon eine fackel hingesetzt weil ja er hat offscreen eine fackel hingesetzt böser paketra ja wir müssen jetzt zwischendurch die folgen abspeichern und umbenennen und bearbeiten falls wir sowas machen kurz also ich jedenfalls du sagst du hast ein crafting table dabei ich sehe gar nicht so hinstellen sehr sehr geil ich baue uns ein prozessor wo ich kann moos torches wo ich kann noch was brauche ich dafür ist ist der mutter und und meinings ich kräfte mir eine wo ich für ein stein schwert bauen das weg knorker dafür brauche ich was heißt denn missing nochmal habe ich gesagt das du es nicht hast ja ganz einfach dass ich endlich besitze ich kann ausfalt bauen ne baue keinen asphalt den kann man erst mit obsidian ding abbauen der ist ja gut den können wir können wir später können unsere straßen Aber ich kann TNT bauen. Oh, oh, oh. Was ist denn das für ein Ding? Dass der Prozess war. Da mache ich jetzt Wood Slabs. Ah, wie macht man das? Einfach da reinziehen? Ja, aber das dauert jetzt ein paar Sekunden. Ich baue derweil noch ein bisschen hier ab. Wo habe ich denn meine Mining-Sale jetzt da? Macht der immer nur einen? Ja, der dauert ganz schön lang. Ich glaube, also straf mich Lügen, aber ich glaube, so wird das Free-to-Play-System irgendwann ertragreich für die Firma durch Sachen wie es dauert einfach so und so lange. Weißt du, was ich meine? Gut, deine sind fertig gleich. Meins sind danach drin. Ich habe noch Stein-Slept reingemacht. Weil die braucht dich für irgendwas. Ich weiß noch nicht für was. Aber man munkelt, dass man sie gebraucht hat. Warum stapelt der das nicht mehr? Was ist denn das? Habe ich untersichtliche Stones? Nee, ne? Weißt du nicht? Gut. 40 Fackeln, yeah, yeah. Kann ich jetzt da unter abbauen? Nein, kann ich natürlich nicht. Achso. Ja gut, ich will jetzt nicht die ganze Zeit abkommen. Was machen wir jetzt eigentlich hier nach? Wollen wir buddeln? Ich buddel gerade schon. Achso, können wir machen, ja. Wir können ja immer zwei Blöcke runter. Achso, wir können ja zwei runter. Das ist voll perfekt. Aber ich muss echt, um Licht zu haben, muss ich bei jedem Kack hier neue Fackel setzen. So, und jetzt hier noch eine Fackel. Ich weiß halt auch nicht, wie weit ich runterkomme, weil so viel Platz habe ich ja nicht. Wir kommen auf irgendwas, wo wir nicht mehr bauen können. Ja, dann hoffe ich, dass wir da etwas finden, wo wir weiterbauen können. Man kann noch ein Mostfabier noch bauen, ne? Unsere Slabs sind fertig. Ich nehme die mal alle raus. Ja, nehme mal raus. Aus den Slabs, wenn du die wieder reinpackst, da kannst du dann, glaube ich, Stöcker draus machen. Also Sticks oder wie die Dinger heißen. Ich habe jetzt acht Stone Slabs bekommen, aber die Wooden Slabs habe ich nicht. Stone Slabs? Komisch. Ach, hier ist Limestone, den kann ich schon mal nicht abbauen. Dann mache ich hier erstmal Break. Gehe nach oben. Komm, wenn ich die rausnehme. Ähm. Was meinst du? Achso, ich habe die Wooden Slabs im Inventar. Ich habe 16 Stück. Ah. Ah, jetzt habe ich sie ja gut. Ich habe sie gefunden. Gut, ich mache mir, ja gut, aber halt die. Ich mache, oder hast du? Ähm, kann ich schon eine Kiste? Ich kann dir auch nachher die geben. Kann ich schon eine Kiste? Oh, ich kann dieses Stone Mining Cell bauen. Soll ich mir den bauen? Ähm, ja, warum nicht? Hab ihn. Ich muss mir auch noch ein paar Stone Slabs machen. Ich habe ein Problem. Das Problem ist, dass ich einen roten Pilz im Inventar auslemmen muss. Und jetzt... Hast du keine rote Pilze mehr, oder wie? Doch, ich habe noch einen. Brauchst du mehr? Aber mein Invent... Ja, das Problem ist, mein Inventar ist voll. Achso, aber rote Pilze ist dabei sicher. Ich kann auch nicht vorstwerfen, ne? Ich guck mal... Ach, nee, ich kann keinen setzen. Wenn ich jetzt rechts klicke, esse ich ihn. Ne, das will ich gar nicht. Ne, ich kann ihn ja gar nicht setzen. Das tut mir leid. Hm, hm. Irgendwas muss ich jetzt gleich mal wegwerfen. Ich weiß nicht was. Stone Mining Cell. Sehr schön. Dann kann ich auch weiter runter. Weiß so. Ähm. Gut. Ich gehe in unsere... Hey, hey. Was tust du? Ich bin eingesperrt. Nein! Oh, das war unser Ausgang. Was mache ich denn? Ist schon wieder Tag, sag mal? Achso. Oh, das ist natürlich doof. Die Dinger nutzen sich ja voll schnell ab, ne? Achtung. Geh weg. Wir dürfen uns nicht selber treffen. Ja. Aber das wäre ein einfaches Monster. Meine Schuld, sorry. Aber du hast mich auch eingebunden. Unsere Schuld. Da haben wir ja ein schönes Problem nachher, war, wenn wir die, ähm, die Dinger andauernd abnutzen. Mein Wooding-Ding ist ja schon halb leer. Äh, ja. Müssen wir neue bauen, ne? Hm. So, was kann ich jetzt als nächstes bauen? Ich kann jetzt ein White Beacon bauen. Irgendwas war da unten. Ich habe durch den Bug, dass ich hier durchgucken kann, irgendwas da unten. Aber jetzt wüsste ich Obsidian abbauen können. Ähm, nur mit einem Extractor. Was? Du musst da einen Extractor bauen. Da ist doch irgendwas. Ist da ein Tempel oder irgendwas in der Erde? Boah, ich habe ein großes Problem, ey. Boah, das will ich jetzt wissen. Kann ich den irgendwie, boah, jetzt habe ich den Pilz hier. So weit komme ich bestimmt nicht runter. Ähm, ich muss, warte, ich schau das mal an. Ah, Glowing Mashu. Aber da baue ich mich um zu und ist einfach. Da ist, da ist, da ist, da ist doch eine Fackel oder irgendwas da unten. Ich habe jetzt die ganzen Blätter weggeworfen. Aha. Weil sonst habe ich keinen Platz mehr. Ist ja nicht schlimm. Mach dir doch keinen Kopf. Wer braucht schon Blätter? Wer braucht, äh, Glowing Mashu. Dann gehe ich wieder zwei vor. So, jetzt habe ich erst mal Licht. Ja, da muss ich echt aufpassen. Mein Schwert, mein Schwert. Mein Schwert ist auch schon fast kaputt. Was denn das da? Ich habe eine Deaths-Statue. Achso. Oh, naja. Weil du gestorben bist. Du weißt, ich sterbe doch nicht. Die kannst du eigentlich wegschmeißen. Die sind doch nicht schön. Okay, das kann ich nicht. Dann nehme ich mal das Wood-Ding. Nicht die Fackel. Ich weiß gar nicht, wie tief ich schon bin. Weil wir werden ja bald nie wieder sterben, weil wir ja Pro sind. Ja, stimmt. Hast du recht. Hab ich gehört. Absolut. Absolut. Oh, jetzt kann ich nicht mehr weiter. Aber ich habe jetzt mein neues Dings. Ich habe schon Bedrock. Das ist aber nicht Minecraft hier. Ich habe Limestone. Bedrock ist nicht ganz unten. Ich kann Limestone abbauen. Und du so? Ich merke gerade, dass ich gar nicht in die Richtung gehe, wo ich eigentlich hin wollte. Weil ich gehe ja immer weiter vorwärts. Ich habe auch Bedrock abgebaut. Sehr schön. Ich habe auch Obsidian. Stalaktit oder so habe ich gerade. Kann ich nicht durch. Kann ich hier weiter? Ja, kann ich. Da ist noch mehr Stalaktit oder irgendwas. Noch mehr Stalaktit oder was. Ich weiß nicht, was ich hier alles abbaue, aber ich nehme alles mit. Ich weiß halt nicht, was wir alles brauchen. Und das ist immer das Problem. Ich denke, wir brauchen eine ganze Menge nutzlosen Schrott ab. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt Lava oder sowas? Ja, ganz unten, ja. Uh, was ist denn das? Boah, das kann ich noch nicht abbauen. Das ist doof. Mann, blöd. Ich habe hier doch irgendwas durch den Bug gesehen. Ich bin ja eigentlich kein Bug-User, aber ich meine, ich habe das nicht mehr gesehen. Was denn? Glowing Mushrooms. Kann so nicht abbauen, ne? Ne. Ech. Bade. Habe ich mich schon gefreut. Oh, Scheiße. Kann ich hier runter? Ne, alles Glowing Mushrooms oder was? Ne, Silt Stone. Silt Stone. Was ist, eins? Oh, oh. Was denn? Hilfe, 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 Hilfe. Dann komme ich noch hoch, besser. Hey, ich komme. Ich komme so lang. Kommst runter, komm halt runter. Oh, es kommt, es kommt, es kommt. Es kommt, es kommt, es kommt. Komm hoch. Ja, ich bin noch auf dem Weg, ich bin noch auf dem Weg. Es kommt, es kommt, Mann, ich bin noch halb tot. Oh, Mann, ist es da. Ich treff's nicht. Ich auch nicht. Es tötet mich. Ich kann's auch nicht treffen. Jetzt, jetzt. Du bist tot. Hast du Teleporter da? Echt, der Teleporter ist immer noch draußen, ja. Okay, gut. Es tötet mich auch, ich kann's nicht treffen. Das ist von Buggy-Vie. Von unten kann ich's treffen, ah. Kennst du Buggy-Vie? Ist der Ruder von Buggy-Vie? Jetzt kann ich's treffen. Boah, das lebt wohl eh nicht. Dieses Klicken nervt, ich weiß. Ich hole mir bei der Silence Maus, keine Angst. Echt, liegt das bei dir? Hört man's nicht? Ich hab ihn getötet. Und was hat er dabei? Magnativ. Aber meine Maus hat man auch nichts, ne? Ich hab extra mir eine Silence Maus geholt und eine Silence Taster durch. Ja, ist auch verdammt wichtig, ey. Ist mein Tod noch da? Warte mal, ich... Ja, deswegen hab ich mich nicht. Siehst du überhaupt den... Der Eingang ist direkt daneben. Ja, es lädt grad noch mehr. Oh. Oh, ich bin runtergefahren. Ist ja geil, ich hab den Stein unterm Teleporter weggenommen. Fangen wir wieder hin, so. Was kann ich denn jetzt, kann ich denn, wie kann ich denn, kann ich denn schon einen Extractor bauen? Nein, kann ich nicht. Was fehlt mir denn dafür? Ach, ich brauch nur Wood Slabs, alles klar. Was, ein Extractor? Ja, dann müsste ich mal Obsidian finden, aber ich weiß nicht, wo ich das finden kann. Also ich könnte einen Extractor bauen. Ja, ich baue jetzt auch einen. Ich muss nur erst Holz machen. Obsidian hätte ich drei Ohrs. Hast du Obsidian? Ja. Dann kannst du ja schon die dritte Stufe machen. Äh, ja, aber da fehlt mir noch, ähm... Nee, ich brauch Obsidian Slabs und Obsidian. Ich hab ein Obsidian Ohr. Ach so. Kann ich den Extractor, kann ich den bearbeiten? Nee, ne? Weiß ich nicht. Kannst du das setzen, das Obsidian Ohr? Nee, nee. Ist das ein Block? Ist kein Block, okay. Ist kein Block. Müssen wir das brennen? Müssen wir das vielleicht brennen irgendwie? Aber was für einen Ofen brauchst du denn da, um Lava-Glas zu brennen, ey? Muss ja schon ganz schön heiß sein. Ich kann es nicht mal ausrüsten. Machen wir zwei Extractor, man weiß ja nie. Hoffentlich stapeln sie sich. Hast du noch Fackeln? Ja, aber ich weiß halt nicht, wie ich die, die gebe. Ach so. Ja, ich baue mir ein paar. Nee, ich weiß, wie ich die, die gebe. Hier, guck mal an die Wand. Bau mal ab. Oh, ich hab ein Fall, ich baue. Warte, ich komme gleich. Kann ich nicht setzen, dann setze ich die halt an die Decke. Ah. Decke? Guck mal, die kannst du auch an die Decke setzen. Dann hängen die anders. Die haben dann eine andere Textur. Da gibt es richtige, geile Deko-Möglichkeiten. Wenn du die auf dem Boden setzt, sehen die auch wieder anders aus. Das hat sich auch verfahren. Ich liebe dieses Spiel extrem. Ja, ich auch. Ich feiere das echt. Was kann ich denn noch bauen? Vielleicht baue ich da, vielleicht scheide ich aber mehr damit frei. Hä, wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt 48. Obsidian Mining Cell. Ich brauche... Wie viel kriegt man denn, wenn man einen craftet? Obsidian Slabs, Obsidian... Ach, man kriegt acht Stück? Okay, jetzt habe ich erstmal 48. Was können wir denn, was ist denn hier? Ein Crafting Table können wir bauen? Ein Forge, wir brauchen eine Forge. Hast du noch Coal? Hast du sechs Coal? Ich habe sieben Coal. Ja, perfekt. Dann baust du uns eine Forge. Dann mach dir noch ein paar Stone Slabs und ein paar Wood Slabs. Du brauchst sechs Stone und sechs Wood Slabs und sechs Coal. Und ich habe hier schon die Forge, die ist neben dem Crafting Table. Ich weiß nicht, ob du die schon bauen kannst. Sonst musst du erst einen Extractor bauen. Mich juckt hinter mir. Kratz, kratz, kratz. Neben dem Crafting Table ist bei mir ein Tab... Ist da keiner? Prozessor ist daneben, oder? Ja, ja. Dann baue mal ein, wenn du die Sachen hast... Äh, Stone Slab und Wood Slab brauchst du noch. Also haben wir... Müssen wir haben. Ein Extractor. Dann wird, glaube ich, die Forge freigeschaltet. Ja, ist ja auch logisch. Ist ja auch logisch. Habe ich gebaut. Jetzt müsstest du die Forge frei haben. Nö. Nicht. Dann habe ich noch irgendwas gebaut, was du nicht gebaut hast, anscheinend. Ja, normalerweise brauchen wir das doch. Bau nochmal einen Prozessor. Ich habe vorhin einen Prozessor gebaut. Den hast du nicht gebaut. Ich hoffe, du hast noch zwei Wines. Ja, die Wines habe ich 20. Sehr gut. Dann baue noch keinen Prozessor. Was gibt's? Was? Holz? Du hast kein Holz? Ach so. Ähm. Was haben wir denn? Crank oder noch? Weiß ich gerade gar nicht. Nach der Musik zu urteilen, glaube ich, ist aber Tag. Nee, die Sonne geht gerade auf. Ja, die kommt, glaube ich, immer morgens, die Musik. Ich baue, buddel uns hier nochmal einen zweiten Reinkang. Ich würde gerne. Jo, Inventory ist voll. Ach so, witz. Äh, was? Kann ich da nicht hoch, doch. Ach ja, die Sonne. Wie schön. Mein Inventar ist voll und der schmeißt es dann einfach weg, oder was? Ja, dann lass uns noch ein bisschen Sachen besorgen. Wir brauchen ja immer wieder Sachen von draußen. Ja, ich schmeiß noch was weg. Wir sind ja noch gar nicht so weit, dass wir irgendwie weit in die Erde können. Wir haben ja auch Zeit, ne, bei dem Spiel. Ja, natürlich, klar. Aber ich würde so gerne die Lava sehen. Ich würde so gerne weiter runter und neue Sachen bauen. Ich würde gerne Diamanten können. Oh ja. Rüstung müssen wir mal bauen. Wir bauen eine Rüstung. Ach ja, gute Idee eigentlich. Stimmt. Hm. Hallo, Krabbe. Ich gehe mal zum Crafting Table. Und unsere Boots. Ach, hast du den wieder mitgenommen? Ach so. Nee, nee, nee. Nein? Der steht doch da. Dann ist er wieder bei mir verschwunden. Nee, ich hab den. Hey, warum hab ich den? Was hast du nachgeholt? Ja. Der baut ab und zu was ab. Ist aber nicht so schlimm. Ich hol mir einfach einen Crafting Table, der hier rumsteht. Nein, nein, nein. Ich hab früher gar keinen Platz. Recht noch in der Nähe, denke ich. Ich bin runtergefallen und gestorben. Aber nicht schlimm. Ich bin ja in der Nähe. Du bist denn gestorben, ey. Und dann habe ich volle Energie. Ist doch geil. Hä, wo bist du denn gestorben? Ich würde mal positiv sehen. Hier, ich bin runtergefallen. Jetzt bin ich langsam runtergefallen. Langsam. Ich bin langsam mit der jungen Pferde. Oh, ich hoffe, ich hab genügend Platz im Inventar, falls ich hier so irgendwelche Special-Sachen finde. Du hast letztes Mal Obsidian an einem Berg oder so gefunden, ne? Ich hab noch mal kurz auf den Pferde. Du bist hier in der Laterne. Keine Ahnung. Ich hab' vorhin, glaube ich... Ja, Obsidian. Ja, eine Höhle war Obsidian. Oh, komm mal mit. Ähm, werden sie ganz viele Pilze. Lass mich noch mal den Crafting Table hier klauen. Na gut, dann hol ich sie. Ja, nimm sie ruhig. Ich kann keine roten Pilze aufheben. Soll ich gleich vorbeikommen? Die Pilze einsammeln? Mache ich doch gerne. Oh, hier ist aber auch schön. Wollen wir hier bauen? Komm mal her zu mir. Ich weiß nicht was ich weg kann. Können wir eigentlich Kisten bauen? Ja komm du erstmal her wegen den Pilzen. Hier sind 3 Stück. Ich setz meinen Teleporter hier. Das heißt aber auch, der ist nicht mehr bei unserer Höhle, der Teleporter. Ja ist egal, dann holen wir alles was wir haben. Magst du nochmal? Ich komm gleich. Ich muss mir mal die Stelle hier merken. Hier ist noch ein Crafting Table. Du hast eh den Teleporter gebaut, ne? Ist das denn? Hier sind 2 Crafting Table, oder? Da ist ein Crafting Table. Weißt du was? Weißt du was wir jetzt machen? Ich ignoriere alles. Nein, ich ignoriere nicht alles. Ich bin gerade nur am organisieren. Was denn? Erzähl. Ich geh jetzt zu unserer anderen Höhle zurück. Ja. Du setzt mein Teleporter dahin und dann können wir da alles von uns her. Sehr geil. Sehr geil. Wir räumen die aber dann leer, weil wir gehen ja dann eh nicht mehr dahin. Ja du musst ja auch mal gucken, ob dir das dann hier auch gefällt. Ja. Also ich find's ganz gut hier. Ja. Ich find's ganz gut. Und von da aus können wir dann immer gucken was wir machen. Wir dürfen uns nur nicht, wir dürfen nur nicht verhessen uns immer wenn wir irgendwo hingehen und einen Teleporter zu setzen. Dann lässt du deinen jetzt in unserem neuen Haus. Wenn wir da sind. Und ich nehm meinen mit und den setze ich dann alle 5 Meter. Mhm. Aber hier steht noch dein auf der alten Höhle. Ja ich hab den noch nicht neu gesetzt hier. Achso. Hier fett oben auf dem Berg, Alter. Das kommt doch richtig geil. Ich find's cool hier. Mir gefällt's hier. So ich hab meinen jetzt hier reingesetzt. Dann kannst du deinen. Ja. Mal da drüber hinsetzen. Hab ich noch was, was ich wegwerfen kann? Ich weiß es nicht. Pilze. Eigentlich hab ich nichts. Pilze. Die Pilze hast du mitgenommen aus der Höhle? Mhm. Sehr geil. Hast du deine Todespunkte weggeworfen? Äh. Was? Wie Devstart Uhren. Ich... Ne ich hab noch 4 Stück. Komm mal ganz schnell her. Schnell schnell zu meinem Teleporter. Äh. Äh. Wo bist du denn? Ich muss zu meinem Teleporter kommen. Achso. 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 Du hast den aber umgesetzt, ja? Ja. Ach du bist jetzt doch wieder am TS lecken. Jetzt haben wir extra den TS gewechselt und trotzdem. Schnell 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 schnell. Mach mal da oben das Loch zu. Äh. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Äh. Warte. Warte. Und an der Stelle beenden wir schnell die Folge. Wir sind schon bei 18 Minuten. Uhhh. Salat. Darauf achte ich zu wenig. Aber war ganz coole Folge wieder. Ja. Vielen Dank fürs Aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen meinst du. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja. Nicht fürs Aufnehmen. Nicht fürs Aufnehmen mit dir. Ja. Vielen Dank fürs Aufnehmen. Muss man auch mal sagen. Danke, ne? Hast du recht. Aber auch danke fürs Zuschauen, ihr Zuschauer da draußen. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.